Servus Leute, heute habe ich ein Rate für euch auf Customs mit richtig viel PvP. Im Moment ist es ja so, dass Keycards in den Marktrooms spawnen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass es richtig zur Sache geht, insbesondere in Dorms und überall, wo Marktrooms sind. In dem Fall auf Customs und es gab viele PMC-Solen, viel zu looten und viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Schaut es euch an, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Musik 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 Der Kratzer ist weg. Keine neue Schleckerei. Mein offener Nasebeinbruch ist Geschichte. Okay, da war ein bisschen was im Weg. Den Big Boy direkt rausgenommen. Bisschen Trigger-Disziplin, sagt man. Krass, dass die mich nicht gehört haben. Ich bin da drüber gesprungen. Ich finde immer Sprayen im Vierfach, finde ich immer mega anstrengend. Weil da der Recall halt auch direkt viermal höher ist, der visuelle. Ich habe dich gesehen, Kollege. Er ist tot. Stiften gegangen. Katharsis, vielen Dank für die T1. 31 Monate. Wir kommen zurück in der Aubefalle. Danke für's Support. Wie geht's? Servus. Der wird sich ärgern, ey. Oh Gott. Hier ist Party des Grauens. Es war so klar, dass es dort und die Welt jetzt hier ist. Der eine ist nicht tot, aber... Fuck, ey. Ich dachte, da bleibt mal einer stehen, dann waren es auf einmal zwei. Ich habe hier schon fünf Leute jetzt gekillt, wenn die nicht gesessen hat. Übeler Hotspot. Ja, letzten Endes Markdroom-Looten kannst du dir halt eigentlich abschminken, ne? Ja, die jampt dann. Die Chance, dass er jampt wird, wird immer höher. Ja, ähm... Markdroom-Key und so wurde gebufft. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Markdroom war eh schon offen. Also... Können wir nicht vorstellen, dass die bloß gefeiert haben. Das dann bleiben haben lassen, ne? Das wird nicht passiert sein. Okay, so. Ja, so. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was der Default ist. Alt-Rechts-Klick oder Shift-Rechts-Klick. Eins von beiden. Keine Ahnung. Okay. Okay. Hier irgendwo mein Kopf sehen würde, das wäre neusamer. Nehmen wir den. Das sind Scavs, die gegen den PMC fighten. Da geht glaube ich nix. Hier geht was. Da ist ja der Bosse auch, ich weiß nicht. Junge, wo hockst du denn ey? Also der Markt wohl motiviert ne? Der Markt wohl motiviert. Elias, servus. Moment. Kann ich grad nix zu sagen. Hey Vampire. Wie der da oben saß. Ey krass. Okay, go. Okay. Scheiß Lampenmann. Das Event. Ja, ich mag's auch nicht, dieses Hotspot. Also keine Ahnung. Magdum. Bleibt da glaube ich erstmal so. Ich weiß nicht, ob das eventmäßig ist. Wenn du eine Makrom looten willst, musst du jetzt mindestens 20 Leute killen. Nehmen wir den Booster. Nehmen wir den Booster. Tama. Hörlauern. Jetzt da die Treppen hoch Das wird übel Ich weiß, dass mindestens noch einer da ist Ich hab noch einen gehört Okay, hätte ich aus Gästen gehört What the fuck man Also einer hockt mindestens noch hinten Okay Ich hab noch vier Granaten, das ist gut Ich hab noch vier Ich hab noch vier Zwei Und ich hab noch gar nichts Haben wir noch Ich hab noch vier Ich hab noch vier Ich hab noch vier Ich hab noch vier Die da oben rausbringen wird halt richtig abfuck Kann sein, dass ich einen genädet hab Wie soll ich die da oben rausbringen Ganz ehrlich Richtig schlimm Kann halt sein, dass ich einen genädet hab da oben Möhnlich Möhnlich Was? Leopold, danke für den Primer im 17. Wie kommt es genau? Danke für den Support. Danke, dass du den Primer mal lässt. Jetzt kommt noch einer von draußen. Vielen Dank. Der ist hier reingehüpft. Alter, der hat mal getankt. Der hat ihn verraten. Was ist hier los, Leute? Party is Grauens. So, bekommt man die da raus. Ja, sie sind mir Gott sei Dank entgegengekommen. Das ist nett. Wirklich nett. Wie ist der so getankt? Der hat Dreier-Armor da drin. Hä? Dreier-Helm, Dreier-Armor. Und hat mega getankt. Was ist das denn? Mit 40, das ist nett. Okay. 22 Minuten. Müssen wir schauen, was geht. Aber ohne die DTM-MDR wäre das, glaube ich, nicht möglich, was ich hier gemacht habe. Was ist das? Ach du lieber Gott. Ich hab hier was gescheites drin, hab ich's bisschen im Arsch ne. Was das grad so ausgeht wie ne Taschenhabe. Scheiße. So. So. Alter. Unerhörter Typ, unerhörter. Das war auch meiner, nice. Unerhörter Typ. Okay, jetzt lassen wir's erstmal so. Ich hab nicht jetzt auch nix gehört, ich hoffe die waren das. Ich find's ja nett, dass sie rausgekommen sind. Boah, die net war gut ne? Seht ihr wo die gelandet ist hier? Ich glaub das war meine. Bonkast, danke für den Tier 3. 38 Monate. Da kommst du genau wo falle. Danke für den Support. Und Servus, wie geht's? Aber ich hab hier bloß einen erwischt ne? Danke für den Tier 3 Support und alles andere auch. Okay, den hier hat's runter gehauen. Jo, keine Ahnung also. Ich sag mal so. Irgendwer muss doch noch hier das Zeug im Rucksack haben. Was hier drin war. Das Auto ist noch da. Aber ja, keine Ahnung wo das Zeug jetzt ist ne? Der hatte keinen Rucksack der Typ hier ne? Der muss es haben. Wo liegt der Rucksack? Fuck man. Ich glaub der war hier hinten ne? Hier hinten war Blut. Oh. Da ist er. Hab ihn. Danke für nichts. Junge, für was hast du dieses Ding da überhaupt dabei? Ja, keine Ahnung wo der Loot aus dem Markt umhin ist. Mal kurz checken ob das Auto da ist. Ja, komm mal raus hier. Auto ist nicht da. Boah, da wird es hier dunkel. Ich mein, wir schauen noch ob ne Keycard da liegt, okay? Hier hat sicherlich jemand übersehen. Und den anderen unten muss ich noch. Ah, der andere unten könnts noch haben ne? Also hier, hier keine Keycard jetzt vorne. Hier irgendwo. An den Büchern. Den anderen unten machen wir uns noch. Den machen wir uns noch zurecht, würd ich sagen. Ah, scheiße. Ja, schon mittig. Okay, okay. Ja, haben schon viele Keycards gefunden worden. Da liegt er. Ja, der hatte den Loot. G28. 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 Was sind das für ein Bumms? Jawoll. Ich würde sagen, wir gehen, ne? Reicht. Oder hat der hier was? Mal sehen. Ist der ein Rucksack? Ah, hatte ich schon, ne? Aber wilde Runde. Wilde Runde. Waren sieben Pimsi-Kills? Irgendwie sowas? Ist der ein Marktbuch aufs Streets? Könnte ich machen, ne? Da hab ich die Keys auch. Ui. Ist offen. Nice. Sieht man kaum. Hör aus hier. Na gut, Leute. Hallo YouTube im Chat, ne? Die Runde war sehr eventmäßig, würde ich sagen. Brauchbar. Sehr aus Oreo. Moin Pimpf. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Verewigt euch. Und denkt dran, lasst ein Follow da. Jede Runde läuft so wie die hier. So, wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sag ich doch, ne? Sieben Stück. Passt. Die ersten zwei unten auf der Straße. Dann die zwei und fünf in den Dorms. Nice. Und waren ein paar gute Shots dabei. Waren ein paar gute Shots dabei, würde ich sagen. Gut. Und I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Vielen Dank.